Just in diesem Moment gibt es unerwarteten Besuch. Tom und Martin von Jetzt anders können es sich nicht nehmen lassen, Yvonne hautnah zu erleben. Die sie übrigens toller finden als die eigentliche Topmodel-Siegerin Lena. Hat meiner Meinung nach schönere Beine wie die Lena. Und ja, und warum sind wir eigentlich? Nein, das ist immer nicht da, aber keine Ahnung. Das hat sich zufangen. Die Zweitplatzierten sind ja bekanntlich die Besten. Aha, ja, ja. Naja, vielleicht nicht immer, aber in Yvonnes Fall könnte das daraus zutreffen. Ohne den Behalle...